Dieses Jahr wird Hogwarts zum Schauklass einer legendären Veranstaltung. Ein trimagisches Turnier. Von diesem Augenblick an ist das Turnier eröffnet. Der ausgewählte Schüler muss drei gefährliche Aufgaben überstehen. Nur einer wird in die Geschichte eingehen. Nur einer gewinnt ewigen Ruhm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.